Herzlich willkommen Trader zur Live-Marktanalyse vor der Handelseröffnung heute am zweiten Tag der Woche. Wir schauen auf Euro, Schweizer Franken, auf Austral, Dollar, Japanischen, Dollar von der Währungsseite. Und bei den Indizes habe ich gestern gesehen, dass der italienische Aktienindex schön an einen Widerstand ranläuft, von dem er auf der einen Seite zwar schon ein paar Mal abgeprallt ist, aber auf der anderen Seite jetzt auch die Chance besteht, bei weiter positiven Markten dieses Level durchaus nach oben zu knacken. Das Ganze jetzt hier live in den Chartbesprechungen und natürlich wie immer gerne die Einladung an alle, die direkt hier zuschauen. Fragen gern bitte rein in die Chats auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Und danke auch an dieser Stelle für die guten Morgengrüße. Bevor wir hier mit den Fakten durchstarten, wie immer der wichtige Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit CFDs und, Entschuldigung, und der Wiesen auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir gleich mal rein in die Planung der heutigen wichtigen Tagesnachrichten. Gestern hatten wir die USA zwar offen, also der Börsenplatz New York war geöffnet, aber in Amerika war Columbus Day, das war ein Feiertag, deswegen dort relativ dünnes Volumen. Heute wird das Ganze anders ausschauen, das heißt die Amis starten heute den Handel in die neue Woche. Und damit, nehme ich mal an, wird es auch ein bisschen mehr an richtungsweisenden Bewegungen geben. Zur Tagesplanung für heute, es gibt ein paar Reden seitens FOMC-Mitgliedern am Vormittag, am Nachmittag und auch am Abend. Das sollte man immer so ein bisschen auf der Uhr haben. Mit Blick auf die Briten dann um 10.30 Uhr die Durchschnittseinkommen inklusive Bonuszahlen und die Arbeitslosenänderungen. Und dann spricht Bank of England, Bank of England Governor Carney mal wieder. Das Ganze also alles um 10.30 Uhr, das aus Großbritannien um 11 Uhr. Dann gibt es den ZEW Index, also hier die ganzen Konjunkturerwartungen, Einschätzung der Lage und so weiter und so fort. Also alles, was zum Paket dazu passt. Darüber sprechen wir übrigens am Freitag ganz ausführlich. Das Ganze dann auch zusammen mit wichtigen Wirtschaftsdaten aus den USA. Also heute 11 Uhr, sehr, sehr wichtig hier in Europa bzw. Deutschland hier die Konjunkturerwartungen. 14.30 Uhr gibt es dann noch einmal eine Rede eines MPC-Mitgliedes aus Großbritannien. Und um 14.30 Uhr dann auch aus den USA noch einmal wichtige Nachrichten. Und zwar gibt es da den New York Empire State Herstellungsindex. Also ein wichtiger Index für New York, für das herstellende Gewerbe, für das produzierende Gewerbe. Mal schauen, wie es dort aussieht. Prognose hier leicht rückläufig. Schauen wir mal, wie es wird. Apropos Prognose und schauen wir mal, wie es wird. Wir haben jetzt wieder Berichtssaison. In den USA geht es ab dieser Woche so richtig zur Sache. Und die Aktien, die dort performen, werden natürlich auch die Indizes beeinflussen. Es bleibt sehr, sehr spannend, wie es dort weitergehen wird. Fakt ist auf alle Fälle eins. Aktuell, sag ich mal, ist es ja so, dass wir häufig rückläufige Zahlen haben. Aber der Markt hat halt mittlerweile auch gesunkene Erwartungen. Und wenn man dort die Prognosen sozusagen übertrifft, auch wenn man Verluste macht, kann das Ganze positiv für die Märkte sein. Wir lassen uns mal überraschen. Aber das müssen wir immer so ein kleines bisschen auf der Uhr haben. Und diese Woche geht es ja auch mit einigen Bankenschwergewichten los. Und die haben schon Einfluss auf die Entwicklung der Indizes, wie zum Beispiel den Dow Jones. Gehen wir mal rein hier in die Nachrichten. Nein, weg von den Nachrichten. Rein in die Charts. Und da würde ich sagen, starten wir gleich mal auch auf der Indexseite. Ich habe es gerade avisiert. Der italienische Aktienindex hier mal auf der Uhr. Ich mache es mal kurz etwas kleiner, das Bild. Also im ganz langfristigen Blick hier, wo haben wir es seit November letzten Jahres, sehen wir. Wir haben hier eher einen ansteigenden Markt. Aber was wir auch sehen ist, dass dieser Markt im langfristigen Bild halt nicht aktuell über die Marke wirklich deutlich von 22.200 Zählern drüber hinweg kommt. Das heißt, da oben ist ein Widerstand drauf. Und dieser Widerstand, der ist momentan das Maß der Dinge. Und jetzt wird es halt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, was hier oben passiert. Weil, jetzt zoomen wir wieder rein hier. Wir sind die letzten Wochen hier oben zwar schon ein paar Mal reingelaufen, aber immer wieder von oben nach unten abgeprallt. Und das ist jetzt das Interessante. Findet der Markt jetzt tatsächlich die Kraft, nach oben rauszugehen, haben wir erst einmal mit Blick aufs ganz kurzfristige natürlich hier die leichten Spike-Hochs bei 22.000, knapp 300 Zählern. Und dann hier noch das aktuelle Zwischenhoch liegen bei 22.350 Zählern. Das wäre mal ein kurzfristiger Anlauf nach oben. Ja, da heißt das nicht, dass sich der Markt schon stabilisiert obendrauf. Aber wir können natürlich einfach mal da reinlaufen. Und wenn wir die Chance bekommen, warum sollen wir sowas im Trading nicht mitnehmen mittelfristig? Wenn der Markt sich tatsächlich hier oben stabilisiert und etabliert, dann haben wir, wenn wir etwas weiter rüber schauen, hier drüben aus der Historie die Marke um die 22.550 Zähler. Das wäre dann mal der nächste Anlaufpunkt von hier aus. Und das ist doch aus dieser Sicht jetzt schon mal wieder ein wenig Potenzial für die Oberseite. Mit Blick auf den Widerstand müssen wir allerdings auch konstatieren, dass es durchaus zu einem Abprall kommen kann. Kommt es dazu, dann wäre es natürlich wichtig, was passiert. Ein Abprall sieht so aus. Wir laufen noch ein Stückchen hoch. Dann läuft der Markt nach runter. Das ist logisch. Also wir kommen über dieses Level nicht hinaus. Da ist auf alle Fälle mal wichtig im kleinen Bereich selbstverständlich das Tagestief hier. von gestern um die Marke von knapp 22.000 Zählern. Aber wenn wir uns mal diesen Aufwärtslauf hier anschauen, dann ist es natürlich auch gut zu sehen. Wir haben hier ein paar Marken, die durchaus vom Markt beachten finden könnten. Das wäre zum einen hier das Tief vom Freitag bei 21.770 Zählern, beziehungsweise dann hier unten aus diesem kleinen Schwung nach oben hin die Marke um die 21.330 Zähler, beziehungsweise hier dieses Level als der letzte Schub nach unten seinen Halt gefunden hat. Bei etwas über der Marke von 21.100 Zählern. Das sind die wichtigsten Punkte nach unten hin. Und da müssen wir einfach schauen, wie der Markt sich hier entsprechend auch entwickeln wird. Das zum italienischen Index. Und damit gehen wir in die Währungen rein. Wir starten hier mit Euro, Schweizer Franken durch. Hier gibt es eine gute Nachricht im Währungsbau Euro, Schweizer Franken. Und zwar, ich habe es in blau markiert. Hier haben wir einen im etwas größeren Bilde nach oben trendenden Markt. Das heißt, wir haben hier ein erstes höheres Tief. Und wir haben hier an dieser Stelle ein erstes höheres Hoch. Das ist mal die Nachricht für die Trendrichtung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir hier den Trend in blau gekennzeichnet. Hier haben wir den zweiten Trend, der ebenfalls in Richtung des blauen Trends fließt. Das gibt uns jetzt das Potenzial, uns auf die Oberseite zu orientieren. Das heißt, wenn wir uns mal auf diesen grünen Trend hier fixieren. Wir haben hier natürlich nach unten hin ein paar Support Level liegen. Das wäre zum einen hier die Unterseite dieses großen Außenstabes hier bei 109,648. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt nach unten. Wird der nach unten unterschritten, dann geht die Temperatur, würde ich sagen, die Korrektur auf die Unterseite weiter. Und Anlaufpunkte haben wir dann selbstredend in diesem großen Spannungsbereich. Hier am nächsten Tagestief bei 1089 bzw. hier am Trendtief das Support Level bei 108,707. Das ist das, was wir zur Unterseite haben. Und der Grund, warum wir die Unterseite so ein bisschen auch beleuchten sollten, ist die Tatsache, dass wir nach diesem Kauf nach oben hin einen starken Abverkauf gesehen haben. Und diese Kerze, die sozusagen für das neue, höhere Hoch gesorgt hat, hat halt auch für einen ordentlichen Intraday-Abverkauf gesorgt. Und das ist halt so immer so ein bisschen ein Vorsichtszeichen, dass man sagen muss, okay, hier oben ist die Luft doch ein bisschen dünner geworden. Heißt also an dieser Stelle, bevor wir nicht hier oben über dieses Hoch bei 1, 10, knapp 4 drüber laufen, heißt das, wir müssen erstmal ein bisschen mit der korrektiven Phase leben. Die kann sich in einer Seitwärtsrange austoben, die kann aber auch noch tiefer laufen, das wissen wir nicht so genau. Wir stehen halt gerade mittendrin statt nur dabei. Das heißt, hier der mittlere Raum und jetzt müssen wir einfach schauen, wie verläuft das Ganze weiter. Wie schon gesagt, die Oberseite hat Potenzial. Wenn wir hier drüber laufen, ist relativ nah schon das nächste Level bei 1, 10, 6, 2. Das wäre der Markt, wo wir hier dann den nächsten Anlaufpunkt sehen auf der Oberseite. Also Potenzial ist auf alle Fälle da und wenn sich die positive Tendenz hier fortsetzt, dann haben wir gute Chancen nach oben auch reinzulaufen. Und dass der Markt nach oben will, das haben wir ja auch gestern gesehen. Hier haben wir diese Kerze, wo Eröffnungskurs und Schlusskurs extrem nah beieinander liegen, wo der Markt unten die tieferen Bereiche getestet hat, aber sich dort direkt wieder Käufer gefunden haben. Und wir sehen es, der Schlusskurs im oberen Drittel dieser Kerze, das ist schon mal ein relativ gutes Zeichen. Und wenn wir uns das Ganze hier mal in der untergeordneten Zeiteinheit auch anschauen, ich zoome es mal kurz etwas näher zusammen, da sehen wir es halt hier zuerst, der trendige Schub nach oben, das Ganze jetzt hier in eine kleine Gegenkorrektur reingelaufen. Und hier unten dieses Level, hier diese Marke, um den Preis von 1, 0, was haben wir hier unten, 1,097 in etwa, der hat hier einen Boden gegeben. Und jetzt hat der Markt so leicht angefangen, nach oben zu trenden. Das heißt, wir haben mittlerweile schon wieder einen kleinen Trend, der in Richtung dieses Trends läuft. Und das ist dann entsprechend positiv zu sehen. Wichtig wäre es halt tatsächlich, dass sich diese Dynamik, die sich hier nach oben entwickelt, jetzt über dieses Hoch hier, über dieses aktuelle Trendhoch drüber hinweg setzt. Und dann steht die Tür wirklich offen für Kursanstiege in den nächsten Widerstand, wie wir ihn dann im Tagesschat hier oben auch gesehen haben, um die Marke von 1, 10, 6, 2, 0. Und wir haben nach oben hin auch noch einiges an Potenzial. Also wenn der Markt hier tatsächlich anfängt, richtig dynamisch nach oben durchzustarten, wir haben noch ein bisschen was im Köcher, was wir anlaufen kann. Das Ganze besprechen wir dann immer wieder, selbstredend hier in unseren Morning Briefings. Das zum Euro-Schweizer-Franken. Und dann schauen wir noch auf den Austral-Dollar, japanischer Yen. Auch hier interessant zu sehen, was der Markt macht. Er ist auch an ein wichtiges Level herangelaufen. Und ähnlich wie gerade im Euro-Schweizer-Franken haben wir hier doch eine relativ ausladende Außenkerze. Hier an dieser Stelle, wo der Markt wirklich zwischenher etwas seitwärts läuft. Und auch hier gibt es das Potenzial wirklich in beide Richtungen. Der erste Fakt, den wir haben, ist aber natürlich den, den wir hier sehen müssen. Der Markt kommt im ganz, ganz großen Bild tatsächlich noch von oben nach unten. Aber wir haben hier den letzten Schwung mit einer dynamischen Bewegung nach oben rausgenommen. Und jetzt läuft der Markt schon wieder hoch. Das heißt, auch hier haben wir Chancen in beide Richtungen. Sollten wir tatsächlich hier oben vom Widerstand um die 74,1 abprallen in diesem Bereich. Also wir haben ja hier das Zwischenhoch gehabt bei 73,952. Also wir sind schon sehr, sehr nah hier oben ran gelaufen. Sollte es tatsächlich zu einer Entladung nach unten kommen und sich hier im Kleinen auch ein Abwärtstrend etablieren. Dann sieht es eher so aus, als wenn wir nach dem kurzen Ausflug hier ein tieferes Hoch machen und der Markt wieder die Region nach unten sieht. Im kurzfristigen Bereich wäre das also hier Achtungszeichen. Das Tag ist tief vom Freitag bei 72,858. Und wenn das Ganze, wie schon gesagt, nach unten gebrochen wird, dann erst einmal hier Fokus auf. Den Support bei 71,74, das hier in diesem Level. Und dann der Markt nach unten offen. So weit ist es allerdings noch nicht nur. Im Blick müssen wir es haben. Kommt Stärke rein, dann kriegt, weil der Außenstab natürlich richtungsgebend eine richtungsgebende Entscheidung dann entsprechend hat, kommt zum Bruch aus der Oberseite. Das heißt, sammelt der Markt hier Kraft, um wirklich nach oben dann durchzustarten. Dann haben wir hier als nächstes über diesem Widerstandslevel schon mal hier diesen Preisbereich am Hoch bei 74,5. Das wäre der nächste Anlaufpunkt. Und wenn der Markt tatsächlich drüber geht, haben wir das Potenzial, erst einmal hier oben weiter reinzulaufen, um die Marke von 76,2. Und das wäre dann natürlich auch sehr, sehr interessant zu sehen, weil, wenn wir das mal schauen, dann kommen wir tatsächlich in die, ja, in den Genuss, dass sich hier ein Aufwärtstrend bildet. Das heißt, wenn wir tatsächlich es schaffen, oben drüber zu laufen, hier uns auch über diesen Wert zu stabilisieren und diesen Widerstand oben hier rauszunehmen, dann haben wir gute Karten, hier den Aufwärtstrend nach oben zu schieben oder schieben zu lassen und den nächsten Levelbereich hier um die 76,200 mit anzulaufen. Und das ist das, was uns der Chart im Austral-Dollar-Japanischen Yen auch sagt. Auch hier wichtig, wir haben momentan einige Charts, wo wir solche Außenstäbe sehen oder Außenkerzen und mit den Innenkerzen dann im Laufen, wo wir dort wirklich die Signalrichtung haben. Das ist interessant für zwei Tradergruppen. Zum einen diejenigen, die gerne das In-Range-Trading machen, dann von unten zur Mitte nach oben oder von oben zur Mitte nach unten hin. Das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man sich hier richtig entsprechend platziert. Also das heißt, diese Strategien funktionieren nun mal am besten, wenn man unten ist, nach oben zu traden oder oben ist, nach unten zu traden. Mittendrin ist immer ein bisschen schwierig, die genaue Richtung zu finden, aber es ist für das In-Range-Trading auf alle Fälle eine Opportunität. Und ansonsten, wenn es zum Bruch zur Ober- oder Unterseite kommt, ist das ein Zeichen vom Markt, der uns einfach sagt, wir wollen jetzt hoch, dann schwingt es nach oben, dann haben wir die Chance für den Aufwärtstrend oder der Bruch nach unten. Dann besteht das Risiko, dass sich kein Aufwärtstrend bildet, sondern dass wir einen Abwärtstrend bekommen und uns dann wieder in die tieferen Gefilde begeben werden. Das müssen wir sehen, wie es wird. Auf alle Fälle sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Und damit schaue ich noch mal kurz in die Fragerunde rein. Fragen habe ich halt gerade nicht. Danke Ralf1. Guten Morgen Gerhard, Hallöchen. Ja, dann würde ich sagen, rein in den Handel. Der DAX ist in ein paar Minuten ready for trading. Das heißt, die Handelszeit, die offizielle geht natürlich los. Den DAX können wir schon viel, viel früher traden. Das wissen wir ja auch selbst. Nur wenn die Händler reinkommen, das sind dann natürlich die Zeiten, wenn das Geld am Markt ist, was den Markt auch bewegen kann, was die Richtung vorgibt, dann wissen wir natürlich, das ist die Haupthandelszeit und da ist es gleich soweit. Also allen gute Trades zum heutigen Dienstag und wir sehen uns morgen wieder. Holger, grüß dich und bis dahin allen eine gute Zeit und erfolgreiche Trades. Bye, bye. 1 2 2 18